Ehen stechen für die Einzelwerte, das sehen sich. Jetzt Frederikson, der schüttelt an den Kopf und sagt, meine Güte, da lief alles so toll bis kurz vor Ende. No Fathers Girl. Mit dem Superjahr im 2009. Gekrönt mit dem dritten Platz in der Riders Tourwertung. Oh, da war es einmal ganz knapp, da hinten in der zweifachen Kombination. Aber jetzt die dreifache, so, durchhalten. Oh, da muss er einmal sich richtig hinten reinsetzen, da muss er richtig gucken, dass No Fathers Girl zurückkommt, um eben nicht zu doll reinzukommen. Er schafft es, er bleibt Strafpunkt frei und, meine Damen und Herren, das Finale Euro Classic Einzelwertung, meine Damen und Herren. Es wird im Stechen entschieden und somit nicht nur Theo Moff dabei, sondern auch No Fathers Girl und Gilbert Bergmann. Und jetzt noch einmal aufgepasst, die Damenseite, auch Sie, Stefan Freigesser, in einem Sensor zu melden, mit MCB-Olivier. Da haben wir gerne in der Stufe von Kennedy, Pierre-Louise Alfrecht.